Musik Zu unserer Sendung Rock Melody hier im Programm Bayern 3 begrüßt Sie nun Andrea Schirnack. Guten Abend, hallo, herzlich willkommen zur Rock Melody. Ich mache heute was, was ich mir schon lange mal vorgenommen habe, nämlich auf diesem Weg auf verschiedene Anrufe und Briefe zu reagieren, die mich erreicht oder auch persönlich nicht erreicht haben. Ich wollte mich auch gleich dafür bedanken. Einige von Ihnen haben sich nach der Thema Musik erkundigt, die da jetzt schon bald ein halbes Jahr jeden Sonntag um diese Zeit läuft. Also für all die Anrufer und Schreiber, vielleicht für ein paar andere auch, das ist Mike Oldfields Pictures in the Dark und in dieser Instrumentalfassung nicht erhältlich. Die hat er mir nämlich ganz speziell für diese Sendung aufgenommen und das einzige Band, das habe eben ich. Sie hören, es liegt schon die ganze Zeit drunter und wenn ich jetzt schon so viel davon rede, dann spiele ich es heute auch mal aus. Jetzt also noch ohne Worte Pictures in the Dark von Mike Oldfield. Musik 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 Musik